Hallo und willkommen zu einem neuen Game-Based Gamecheck. Die Gamechecks der Computerspielschule Stuttgart und der LFK, der Medienanstalt für Baden-Württemberg. In diesem Gamecheck möchten wir uns das Spiel Cities Skylines angucken. Das ist ein Stadtsimulationsspiel, in dem man wirtschaftliche, soziale und verwaltungstechnische Aspekte bei seinem Stadtdesign mit einbeziehen muss. Und im Gegensatz zu anderen Spielen, wo man sich seine eigene Stadt zusammenbaut, wo ich auch schon einige von gespielt habe, muss man hier wirklich auf verdammt viele Aspekte achten, damit die Stadt nicht zusammenbricht. Und mit zusammenbrechen meine ich eigentlich nur, dass die Bürger da nicht wegziehen, weil sie da nicht mehr gerne wohnen und man nicht mehr genug Steuereinnahmen hat. Man fängt das Spiel mit einem gewissen Budget an und kann dann schon, so wie man es auch von anderen Spielen kennt, einfach frei nach Gefühl und wie man Lust hat, sich Straßen und Häuser irgendwo hinbauen, wie man es gerade gut findet. Das Problem ist aber, dass man dann mit den ganzen Sachen konfrontiert wird, die eben in einer Stadt trotzdem auch wichtig sind. Zum Beispiel, ja, ich kann da jetzt ganz, ganz viele Häuser hinbauen und die Straßen so, dass es in einem hübschen Kreis irgendwie verläuft. Aber durch die Art und Weise, wie ich die Straßen gelegt habe, ist eine riesige Verkehrsbelastung. Die Leute sind alle unzufrieden, weil sie überall hin zu spät kommen und die Straßen immer verstopft sind. Dann muss man natürlich auch darauf achten, dass jedes Wohngebiet ein Wasser- und Abwassersystem hat. Man muss die Rohre dafür legen, muss aber auch bedenken, dass das Abwasser natürlich gereinigt werden muss, bevor es irgendwo wieder in einen Fluss reingespeist wird, weil man sonst die Umwelt verschmutzt und auch kein sauberes Wasser mehr hat. Und der Verkehr und das Wassersystem sind nur zwei Komponenten, an denen man sich die Zähne zerbeißen kann am Anfang, weil man noch nicht ganz versteht, wie sowas funktioniert. Es gibt auch noch andere Faktoren, die man beachten muss, wie zum Beispiel das Lärmniveau, wie das Stromnetz ausgebaut wird, wie die Kriminalitätsrate ist und generell, wie die Bürgerzufriedenheit mit all diesen Sachen zusammenhängt. Denn die Leute wollen natürlich nicht nur in einer Stadt wohnen, wo sie von A nach B kommen und einen Arbeitsplatz haben. Sie möchten natürlich auch Bildung, genug Jobangebote, Räume des öffentlichen Lebens, genug Parks etc. etc. Alles das, was wir eben in Städten auch so mögen. Und das sind sehr viele Aspekte, die man beachten muss. Und da fängt man dann auch immer wieder von vorne an, eine Stadt zu bauen, weil man sich einfach irgendwann so verbaut hat und irgendeine Komponente dazukommt, mit der man gar nicht gerechnet hat. Und es besser ist, einfach nochmal von vorne zu starten, als dieses Projekt, was man irgendwie angefangen hatte, nochmal weiterzuführen. Das Interessante bei dem Spiel ist, dass man mit vielen Problemen konfrontiert wird, die wir so in unserer Gesellschaft auch immer wieder diskutieren. Nehmen wir zum Beispiel die Stromversorgung in Deutschland. In dem Spiel muss man natürlich dafür sorgen, dass genug Strom produziert wird, damit die Firmen produzieren können, damit die Einwohner Strom haben zu Hause, für Licht, für die Küche etc. Und auch einfach, dass es Straßenbeleuchtung gibt. Jetzt kann man sich dafür entscheiden, baue ich da jetzt ein Atomkraftwerk hin und dann habe ich auf jeden Fall genug Strom für eine riesige Weile, egal wie groß ich meine Stadt mache, weil dieses Atomkraftwerk so viel Strom produziert. Oder beziehe ich meinen Strom von Solarpanels und Windkrafträdern, die zwar umweltfreundlicher sind, aber eine Abhängigkeit zum Wetter schaffen und ebenfalls für Lärmbelästigung und Platzverbrauch sorgen. Wenn man das eine macht, sind die Leute natürlich unzufrieden, weil es bei einem Atomkraftwerk immer sein kann, dass es einen Unfall gibt und ein Szenario wie in Tschernobyl oder Fukushima passieren kann. Auf der anderen Seite kann es bei der Wetterabhängigkeit der Stromproduktion einfach dazu kommen, dass man nicht genug Strom hat und die Stadt dunkel bleibt, wenn nicht genug Wind und Sonnenlicht da ist. Und das sind Sachen, mit denen haben wir uns alle schon mal beschäftigt, vor allem in den letzten Jahren, wo regenerative Energien noch mal mehr zum Gesprächsthema geworden sind. Aber durch dieses Spiel und die Verantwortung von einem selbst dafür zu sorgen, dass diese Stadt genug Energie, aber auch Zufriedenheit hat, kann man sich vorstellen, wie schwierig das ist, das mit 84 Millionen Leuten in einem Land zu machen. Andere Sachen, bei denen ich mir auch nur oberflächlich Gedanken gemacht hatte, waren zum Beispiel, welche Firmen dürfen in der Nähe von Wohngebieten stehen, wie viele Firmen dürfen da stehen, weil die machen ja auch Lärm und Schmutz in die Luft und der Boden drumherum könnte irgendwie schlecht werden, je nachdem, ob das jetzt zum Beispiel eine Chemiefirma ist. Und diese ganzen Komponenten kommen zusammen und dann merkt man, wie schwierig es ist, eine Stadt zu designen, aufrecht zu erhalten und dass es praktisch unmöglich ist, es allen recht zu machen. Daher ist dieses Spiel auf jeden Fall sehr lehrreich, aber es ist kein Vor-sich-hin-Daddeln-Spiel, sondern es ist wirklich eins, wo man Konzentration und Liebe reinbringen muss, damit diese Stadt wirklich aufblüht. Ähnlich wie bei Universe Sandbox gibt es auch bei City Skylines sehr angenehme Musik, die im Hintergrund läuft. Die klingt dann ungefähr so. Und ich habe mittlerweile gemerkt, dass ich einfach Spiele sehr mag, die ein angenehmes Ambiente schaffen mit der Musik und natürlich, wie viel es dann auch ausmacht, einen guten Sounddesigner zu haben, wenn man ein Spiel entwickelt. Ich habe das Spiel auf der Nintendo Switch gespielt. Das war okay von der Bedienung, aber ich habe das Gefühl, auf dem PC ist es nochmal angenehmer. Es ist, denke ich, nicht für die Nintendo Switch direkt gemacht worden, sondern nur angepasst, damit man es eben auf der Konsole auch anbieten kann. Es hat aber auf jeden Fall auch gut funktioniert, das Spiel so durchspielen zu können. Momentan kann man das Spiel für 27,99 Euro auf Steam kaufen. Das ist der erste Teil. Es ist schon der zweite Teil von City Skylines angekündigt. Der wird am 2. Oktober 2023 rauskommen. Bedeutet, man kann vielleicht auch noch ein bisschen warten. Dann kann es sein, dass der erste Teil nochmal günstiger wird oder man kauft sich direkt den zweiten Teil, der dann auch nochmal optimierter ist. Wer also Simulationsspiele mag und sich ein wirklich gut durchdachtes Spiel anschauen möchte, in dem man sehr viele Komponenten beachten muss, um eine Stadt zu bauen, die weiterzuführen und dafür zu sorgen, dass mehr und mehr Leute in die Stadt ziehen, dann ist City Skylines auf jeden Fall ein gutes Spiel für die Person. Wie bei jedem Gamecheck werde ich auch das Unterrichtskonzept, das es auf Games im Unterricht gibt, in der Podcast-Beschreibung noch einmal verlinken. Ebenso werde ich ein Video verlinken, wo ein professioneller Stadtplaner das Spiel gespielt hat und sich da auch etwas die Zähne an den einzelnen Komponenten und der Unzufriedenheit der Bürger zu wissen hat. familyinnen und Pulled sowie klimたere Musik wie bei einem neuen Komponenten Nicht dass ich das digitale кошige Gerät